Was ist jetzt passiert? Hey, was? Äh. Ja. Warum bin ich jetzt aus dem Laden weg? Was hast du gemacht? Gar nichts, du bist gestorben. Echt? Ich hab gesehen, dass du gestorben bist, ja. Ich bin nicht gestorben? Durch was? Ich war doch im Laden, Alter. Ja, die ballern vielleicht auf dich, wenn du im Laden stehst. Hast du scheiße gebaut wieder? Ja, schon. Ich hab dir... Du hörst mir gar nicht zu. Ich hab's Hecken wieder verzockt. Ach so. Genau. Hast du die Dubstep-Kanone jetzt? Ja, ich hab sie. Und hast sie schon getestet? Nein. Warte, ich teste sie aber jetzt. So, Leute. Zeit zum Dubstep. Warte doch, Mann. Ich will auch mitgucken. Ich versuch grad schon so schnell wie möglich zu dir zu kommen. Ähm. Okay, 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 okay. Ich bin gleich da. Ich bin gleich da. Ist ja witzig, ein Schiff. Ich versuch. Sag dir doch grad eben, ich bin gleich da. Ach nee, ich bin ja nicht bei dir. Ah, egal. Ich bin bei einem anderen Friendly Fire jetzt hingelaufen. Äh. So, ein Hund, Alter. Fährt er mich einfach platt. Was geht bei dem ab? Ich könnte vielleicht auch mal ein bisschen meine Waffen upgraden. Yeah. Nice. Wo ist denn die Dubstep-Kanone? Munition kaufen. Achso. Was kosten die überhaupt? Die kostet nix. Die musst du nicht kaufen. Auf Waffe. Wo ist sie denn? Alter, wir alle anfangen zu Dubstep. Das ist ja geil, Alter. Dubstep-Kanone. Oha. Yeah. Wir haben die Laser-Kanone von den Dingen jetzt, ne? Alter. Okay, mal gucken. Ich hab die Dubstep-Kanone jetzt auch. Okay. Dancen ist angesagt. Oh, das war die falsche Knarre. Ups. Scheiße. Äh, ich wollte die hier eigentlich. Als Maulbulle und Tanz. Okay. Hä, das ist nicht die Dubstep-Kanone. Verdammt, ich hab die falsche eingepackt. Das gibt's doch nicht. Na! Äh. Da kann ich nur das einnehmen. Äh, gut. Ah, super. Äh, ich versteck mich mal ganz hinten. Jetzt komm, ich will schnell noch die Dubstep-Kanone mitnehmen. Querschnitt. Querschnitt. Ach so. Ich hab mich verlesen. Hä? Wo ist denn die Dubstep-Kanone? Alien-Panzer-Faust. Ich hab lauter andere Waffen, aber wo ist die Dubstep-Kanone? Bei Spezialwaffen. Ah, okay. Ich hab irgendwas, ich hab halt D gesehen und hab ich gedacht, das wär sie. Okay. Okay, Zeit zu dancen! Voll die coole Mucke auf. Aber man muss die ganze Zeit schießen. Ja. Dann läuft die Mucke auf mich. Yeah, 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 yeah! Dubstep-Knarre! Okay. Das war's. Meine ist leer. Ja, die lädt sich von allein wieder auf. Ja, aber ich wär... War jetzt ganz lustig. Ich nehm aber lieber die... Man kann auch die Waffe mitnehmen von den Dingen. Von den Terminators. Was? Tausendmal geiler! Provision, du. Warte mal kurz. Ja, ich bin grad wieder dort und wechsle das aus. Ich muss auf jeden Fall diese Waffen mitnehmen. Und dann würde ich mal Alien-Panzer-Faust. Soll ich die mal mitnehmen? Ah, die hatte ich glaube ich schon. Ach, keine Ahnung. Und hier würde ich sagen... Dann wollte ich noch Waffen verbessern. Kann man die hier verbessern? Glaub nicht, oder? Doch! Alter! Okay. Ja, dann würde ich noch sagen Schaden. Und Ladegeschwindigkeit. Und... Cooler Kunde. Ah, kommt mal auf. Wir haben grad so viel Kohle, deswegen... Würde ich schon sagen. Die Waffe überhitzt nicht mehr. Überhaupt nicht. Und schießt los. Cool. Alter! Jetzt wird's böse. Wenn jetzt demnächst wieder eine Schlacht ist, zerberste ich alles. Alles, Junge. Alles, Junge. Wirklich alles. Alles. Mit der Waffe. Gut. Ich liebe das Ding. Ach, du bist da hinten. Das geht. Oh, der Panda brennt alle ab. Was geht bei dir schon wieder von einem Film ab? Du hast mich angefackelt. Das ist richtig. Ich bin auf der fucking Seite. Aha! Dein ganzes Ding brennt schon, oder? Du Penner, Alter. Moment! Ich hol mir kurz noch den Punkt. Zack! Bam! Und dann würde ich mal sagen... Machen wir jetzt einen Hauptauftrag. Ich hab da nämlich Bock drauf. Rettet Kinsey! Wir müssen uns mit Sid treffen. Die Informationen, die ich von Keith getroffen habe, war ein Kode von einer Art. Wahrscheinlich hörte er Zinyak, zu einem von seinen Anwohnern, eine Reihe von Nummern, die irgendwie mit Kinseys Location verbunden sind. Ich vermisse, dass diese Digit mit einem proprietärer Koordinationssysteme benutzt werden. Komm, steig ein. Aber ich habe nicht Zugang zu das. Wir brauchen jemanden, der sich direkt in die Simulation belegt hat. Wo sind die Kinsey-5? Hahahaha! Hup! Sorry! Wo ist es denn? Da, hier. Ich wusste nicht, dass der einen Raketenwerfer plötzlich in der Hand hat. So. Ich nenne mich doch eine andere Waffe. Wasap! Kannst du die Mission nochmal anwählen? Wieso siehst du es nicht? Nein, wähl sie nochmal an, dann kann ich sie automatisch übernehmen. Okay. Jetzt! Du fährst aber in die richtige Richtung. Na, jetzt nicht mehr. Ja, hast du gekriegt oder nicht? Nein. Oh man, ich kann es nicht! Mal kann ich sie anwählen, mal nicht. Ne, es ist richtig komisch. Aber du fährst in die richtige Richtung. Jetzt. Darunter. Ja. Genau, wir müssen dorthin. Wir müssen dorthin. Hast du gesehen, wo ich ihn geschossen hab? Ja. Da rein. Ja. Ja. Hier rein. Ja. 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 Wir müssen einfach zum Hauptquartier. Das, wo vorher gestürmt wurde. Ja, genau. Das Ding hat einen Wendekreis. Das ist... Ja, das ist schon das. Wenn du direkt berührst ein bisschen was und dann... Du hast abgelehnt, du Hund. Ups. Und jetzt? Jetzt ist es weg. Ja. Data bekommen... Hmm... Sehr interessant. Es scheint... Gaaaahhhhhhhhhhhhhhhhh! Crikey, er verliert. Ich weiß nicht. Ich, ich, ich... Oh, hier ich gehe! Alles klar. Ja, bitte Lauf doch mal ein bisschen schneller Oder flieg mal ein bisschen schneller Ja, okay, du hast deine Dubstep-Knarre ausgepackt Das tötet die Leute, das weißt du schon Ja, und das bedeutet Was ist los? Was scannt er denn da? Kinsys Bunnies Kinsys Bunnies Was macht er? Ja, wir müssen jetzt ihre Bunnies einsam Oh, das Symbol berühren Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ein Bild von der Simulation Wo sind alle die Schlelele? Wenn es die Schlelele zu machen wäre, könnte ich ein Hologer Gott, nein, wir sind gut Was ist das? So, kannst du Kinsey finden? In theory, yes The time-consuming part will be identifying Kinsey's brainwaves in a sea of other data Find whatever looks the most abnormal, it's probably her Insulting, yet accurate Good luck Was ist das? Oh, das ist das? Oh, das ist das Ach, nö, oder? F*** Aaaaah Wischweige Darkstrip-Kanonen an? Aaaaah Unglaub, keine Super-Powers Was ist passiert? Let's head for the action If you wanna speak with my husband, he'll be home this afternoon Kitty Da, ich zertrete deine Blumen! Hä, wo ist sie? Hä, wo ist sie? Sagt dein Auto... Hör doch auf, Mann! Komm jetzt lieber! Ich finde, kennt sie. Ja, okay! Hey! So! Und nö! Los, wir müssen ins Polizeiauto! Schieß raus! Ist keine Waffe! Nein! Rammes! Nö! Okay! Yeah! Hallo? Yeah! Hast du gesehen? Verdammt! Yeah, wir haben Nitro! Stimmt ja, wir haben ja Nitro freigeschalten bei jedem Auto... Aussteigen! Unboxen! Töten! Boah, voll in die Nüsse! Jawoll, mach den Hubschrauber und jetzt... Eintreten! Da, da, da! Bam! Und jetzt? Geh zu Kinsey! Was steht's los? Was macht ihr? Warum schlägst du sich jedes Mal? Jetzt ist sie weg, alter! Geh mir nicht auf den Sack, alter! He is... In charge here! Wait a minute! Shouldn't he be dead? Not in Kinsey's mind, no! Geh mir nicht auf den Sack, alter! Find die Kinsey! Oh, ist im Park wahrscheinlich! Ah, da steht sie! Da ist er! Cyrus' Tempel! Wasn't he older before? Und... Where's his uniform? What the f*** was that? Cyrus says Kinsey! Mac! A gun if you please? I can't! He, ne Waffe bitte! He, ne Waffe bitte! He, at the very least I'm doing something about the noise pollution! We have speakerboxes all over town! If you really wanna shut him up, you have to take them all out! Ah, okay! Lautsprechoooooo vertraten! Okay, ich bin beim ersten! Okay! Okay, verdrahtet! Wo ist die Waffenkiste? Da! Komm und hol dir Waffen! Die Dubstep-Kanone! Echt jetzt! Ah, wir müssen noch die Lautsprecher verdrahten! Wir haben halt die Dubstep-Kanone, oder? Oh ja! Da bin ich sehr froh! Du kriegst die also auch so! Du musst sie gar nicht reinschalten! Keine Ahnung! Wir müssen jetzt den stoppen! Ja, genau! Der überfährt mich! From a candy truck, huh? Come at me! Ja! Ja! Was überfährt der mich die ganze Zeit? Haha! Hol ihn doch aus dem Wagen raus, Mann! Ja! Ja! Und schon bin ich drin! Oh, ne! Falsches aus! Ja, er ist tot! Er ist tot! Oha! 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 Okay, noch zwei Lautsprecher! Okay, bin beim dritten Lautsprecher! Oh, ja! Ich kann ein Signal stoppen! Eine weitere Zeit! Schon wieder! Boah! Ich hatte auch voll überfahren! Alter! Was ist los bei euch? Alter, die sterben gar nicht! Und ich! Oha! Oha! Du musst mir doch dachten! Ich kann nur noch drauf schießen! Das macht Schaden! Bumm! Okay! Da kommen die nächsten! Hehehe! Piep, 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 piep! Ich habe jetzt alles ausgeblüht! Ja! Wie ist das Auto? Du stankst auf! Ha! Hehehe! Wurruh! Vorsicht! Oh, ja! Oh ja! Wie alle stankst! Oh, stankst! Stankst! Okay, der letzte Lautsprecher. Zeit, danzen! Ich dachte, das war eine Party. Lass uns tanzen! Das ist es. Das ist jetzt, du Hütlum. Oh, oh. Willst du tanzen? Tanzen mit mir! Hey, ich will den Trakt, um dich zu versuchen. Meine alten Freunde. Ich habe es aufgelistet und dann. Gib mir einen Schuss. Wenn du bereit bist, dann kannst du mich. Boah! Ja, jetzt aber nur ein Sound, Alter. Warum? Keine Ahnung. Guck mal, die Autos! Lowrider! Ja, die anderen Autos auch fahren die ganze Zeit. Schieß lieber auf den Kernel! Yeah! 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 Party! Die Dubstep-Kanone! Boah! Was war das? Scheiße! Der Sound wurde aufgehalten. James still. Ja! Wer ist denn? Ja! Gleich Down... Alter, der hat auf voll die Superkräfte... Okay, er ist tot. Endlich haben wir Kinsey wieder befreit. Was man, der hatte keine Chance gegen den Dubstep-Kanonen. Ja, geschafft. Kinsey befreit. Yeah, nice. Kinsey, du bist okay. Du sagst niemandem, was du sah. Verstehst du mich? Kinsey, es war wirklich nicht alles, was ich gesagt habe. Hey, du hast es. Nur gesagt, es war ein süßes Poodle-Skirt. Kinsey ist wieder zurück. Mit harte Argumente. Erstmal eine Faust drauf. Die Dubstep-Kanone. Und diese komischen Fahrzeuge. Yeah, nice. Ja, aber ist auch komisch, warum du sie jetzt auch noch kriegst. Weißt du, wir haben sie schon davor gekriegt. Ja, ja. Aber unendlich sprint halt nicht. Also, weiter geht's.